hallo und willkommen zurück zum let's play von happy wheels und diese mucke im hintergrund die kommt so heimlich tückisch rüber deshalb muss ich so reden ich nehme anderes so und damit ein herzliches willkommen zurück zum let's play von happy wheels so wir haben gesagt wir fangen wieder bei vampirums an in der goldenen mitte und das werden wir auch machen und zwar hat sich der vampirums gewünscht drangler von mental evil death das werden wir jetzt auch machen warm ist was war das drangler zwei sterben so ja ne rette mich von diesen drachen was ach so und ich werde dich heiraten das hat die lady gesagt also ich bin dafür nicht gerade zuständig dass wir diesen weg hier fahren also jetzt mal ganz ehrlich bist du sicher dass das der richtige weg zum kennenlernen ist das ist so richtig ich bin mir da nur nicht ganz sicher auf ein motorrad das ist ein bike nein das ist ein moped ich habe etwas vergessen was ganz wichtiges jetzt weiß ich auch nee doch nicht bist du richtig ich habe etwas vergessen was ganz wichtiges jetzt weiß ich auch nee doch nicht bist du richtig gut ich dachte schon los petra retten wir die welt ich dachte du willst mich zum kennenlernen aufschauen das war nur ein jo petra retten wir die welt ich dachte du willst mich zum kennenlernen aufschauen das war ein scherz ich bin nämlich im lüge PETRA das ist ein herz das ist auch ein herz wie soll man nun hervorkommen ist das hier ein impossible level oder was ah upsala so jetzt müssen wir das hier aber aufschauen Achtung petra oh gott also ehrlich so langsam bin ich echt enttäuscht von dir Tim immer suchst du die schwersten Sachen oh gott die der Schmerz ach Petra stell dich nicht so an das ist doch nur ein kleiner Ausflug Tim so da sind wir ins Ziel gekommen das weiß ich aber auch doch man hat es jetzt mit Drachen zu tun nix richtig ausschein der Mund da gab es nämlich rote Zähne Drachen haben rote Zähne so der Tiger Slam FLP hat sich gewünscht das was jedermann glücklich macht das Level Blaujob von Chiron 16 also also blowjob denn ich jetzt aber hier was zur Hölle wie könnt ihr so viel steuern warum ok lasst es auf euch wirken komm schon woher ich will da rein ich will die Punkte haben du ekelhaftes Pixel Fee mit drei vier tausend Augen und acht Zehner lass mich lass mich vorbei ich bin ich bin oh ihr habt's fast ich hab nein da war ein Ziel ich glaub's nicht aber das reicht auch guckt euch mal den Windel in den Penis an oh mein Gott oh Tiger Slam man so ich hab ich der Name hätte eh schon ach egal Feenrie 2 ach so ähm die Feenrie 211 hat sich gewünscht Skyrim von Kramps Skyrim wahrscheinlich wieder ein Quiz oder was bin ich mal gespannt nein oh mein Gott Brache Brache äh 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 idiot der Drache freut sich so mein Kind wo steht man hier Papi das geht aber nicht toll aus da sind dann gegen vor uns Papi guck was soll das jetzt echt nur hier gemacht mein Magier huuuuuh oh Gott vom dem Bruderschaft Dickel greifen uns an Wust Bruder aaaaaaah oh Gott oh mein Gott das war ein geiles Design so weiter nach unten Charlie 2.895.000 er hat sich gewünscht 1% possible von Jan Sikora hat man ihn schon mal hm nein ich glaub oder ach keine Ahnung oh mein Gott oh äh 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 na komm schon äh so geht's Leute genau so und nicht anders 1% dass ich nicht lache so Mr. Marky 111 hat sich gewünscht Run for the dead von der Kuchen 1,2,3 Run for the dead damit so wir nehmen den Penner so wo ist der Kuchen ich will den Kuchen ich hatte schon so lange ich hab ja Gott hier gibt's unkostenlosen Kuchen den wir oh Gott hüh die schmerzen ich will den Kuchen äh der Kekas allein oh von wegen das glaube ich nicht dass das eine Lüge ist ich werde das Ding schon schaukeln äh aaa aaa ich hab's gehört hier gibt kostenlosen Kuchen boah also ich bin ganz sicher da ist hier kein Kuchen oh Gott meine Beine okay ich brauch's ich war eh nicht aber meine Beine Aua wow oh Gott aaaaa ich ich will den Kuchen ich bin ganz sicher aber ich will den Kuchen wo ist der Kuchen nein 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 zurück 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 nein aber wir haben das Ziel gesehen das reicht schon haben gewonnen so verarschen am Ende so der Gameboy 483 hat sich gewünscht Test mit PC Kind von Gameboy 483 also von ihm selber sehr schön da wieder ein selbstgemachtes Level ja da Test mit PC Kind oh Gott Papi ich find's hier nicht nicht oh Gott was zur Papi ist das denn wirklich der Weg zur Schule du hast es dir ausgesucht Kind aber 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 nein Kind du hast es dir ausgesucht also gehen wir diesen Weg jetzt weiter wie Test weit was zur Hölle Papi ich hab Angst Hilfe auf mir ist die Mikrowelle ja besser als durch im Kopf zu haben weißt du noch was damals passiert ist damals du meinst gestern ja genau gestern wo du da zerstückelt bist und plötzlich warst du weg naja das hat so an sich wenn ein 6 Tonnen Ding auf mich fällt und ich zerplatze aber der Doktor hat mich ja wieder hingekriegt ach stellt euch mal vor äh warte stellt euch mal vor wenn es wirklich ja so jetzt müssen wir hier was schneller durch oh Gott mein Bein erarmt oh boah boah wo nein ich wollte doch es nur zur Schule bringen und jetzt sowas oh Gott oh Gott oh Gott was für Test 1 wo bin ich hier äh wir haben 1 Nikolaas erraten boah wo yeah oh er hat er wo 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 oh ja vorbei oh Gott so der tv tv hat sich gewünscht timis abenteuer 2 von tv auch von ihm selbst was habe ich denn dahinter für ne für ne ach so ja genau timis abenteuer 2 oh gott papi ja ja timi ich merke schon das ist nicht gerade gesund hier papi oh gott oh gott mein bein los lasst uns weiter rollen wir müssen hier nein nicht zurück alles rauf hier ich halte mich an dir fest du hältst dich an mir fest oh gott das ding steckt in meinem arsch ne tot ich dachte wow wo war timi am ende jetzt mal ehrlich wo war timi am ende schönes level übrigens war eine nette idee aber verdammt denk doch mal an dekoration damit kann man so geile sachen machen malen und so weiter kratzer hat sich gewünscht so ist ein training von kratzer wieder ein eigenes level sehr schön kratzer es lädt sehr lange es darf nicht laden es muss ein bisschen schneller laden wenn er mich hasse ist zu warten na super ich glaub das game ist abgekackt ja dann mach ich mal hier pause ne verdammt so jetzt geht's endlich wieder oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott was zu ich bin nur hier leider mit mir egal ich werde drücken aber ja nicht mal ruhig doch jetzt was auf die gewissen übernehmen ich hab nichts gehört ich habe eine idee alter kraft so geht so ab hier Jetzt! Gibi! Nein! Wir müssen durch! Ja! 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 So geht's! So geht's! Geschah! Mann! Wuh! Schönes Level! So, der Blades 197 hat sich gewünscht Hard vs. Prey von Com Montalbano! Ah! Ein Hard vs. Brain Level! Alles klar! Wenn ich's mal finden würde! Hard vs. Brain! Da! Ja! Und damit sage ich einen guten Tag! Boah! Einen guten Tag heute wieder zum Rennen von Gehirn gegen Herz! Wir haben hier ein spannendes Rennen! Das Hirn ist tatsächlich... Oh! Es hat überholt! Nein! Da hat das Herz wieder überholt! Und da ist das Herz wieder in Führung gegangen! Das Herz... Ach nee! Quatsch! Das war das Hirn! Verdammt! Ich kann ein Herz von einem Hirn nicht unterscheiden! Wer ist ein schlechter Kommentator denn eigentlich? Und hier sehen wir's! Das Herz! Das Herz hat überholt! Das hat überholt! Und jetzt kommen wir an einer ganz gefährlichen Stelle! Jetzt... Jetzt kommt's an Kopf... An Kopf rennen! Obwohl sie gar keine Köpfe haben! Und hier sehen wir wie das Herz tatsächlich... Oh! Da hat das Hirn das Herz gerammt! Ein unglaubliches Match! Und da sehen wir's! Das Herz hat tatsächlich gewonnen! Unglaublich! Ein wunderbares Rennen! Und dieses Level hatten wir schon! Und damit verabschiede ich mich heute wieder! Ein fantastisches Rennen für heute! Bis zur nächsten Renn... Äh... Folge! Und damit sage ich... Happy Wheels! Bis zum nächsten Mal!